Und willkommen zurück zum Fußballmanager. Ja, lang ist es ja, knapp eine Woche seit dem letzten Video. Hat auch seine Gründe, die werde ich vielleicht mal irgendwann anders erwähnen. Sorry für die kurzen Lacks gerade, es lag gerade wieder etwas. Das ist nicht so schön. Ich hoffe, dass sich das jetzt noch legt, weil das wäre wirklich gar nicht so fein. Ich kriege zwar hoffentlich bald einen neuen Rechner, aber das wäre nicht so schön, wenn das jetzt hier schon anfangen würde. Also, ja, hoffen wir einfach, dass es noch einigermaßen ertragbar bleibt. Würde das jetzt so weitergehen, die nächsten Minuten, müsste ich die Aufnahme abbrechen. Was ich nicht möchte. Naja, hier kriegt der, ich habe jetzt gar nicht auf den Namen geachtet, ein Leipziger, die gelbe Karte. Versuchen wir mal ein bisschen ins Spiel reinzukommen. Ist schon etwas her, das ich aufgenommen habe. Jetzt Freistoß hier nahe der Mittellinie. Weit nach vorne auf Larkic, der den Ball verliert. Und, ja, Bacalorz auf Bertels, auf Bartels, Entschuldigung. Bartels oder Bertels? Boah, jetzt bin ich hier echt ganz aus dem... Bertels. Thomas Bertels. Wie kann ich auf Bartels? Egal. Bacalorz in der Mitte steckt weiter auf Prostschwitz. Der runter auf Stoppelkamp. Ein Sieg wäre wirklich nicht schlecht. Weil sollte das wirklich anfangen zu langen, muss ich hier echt wieder auf die 720, auf die kleinere Auflösung gehen. Aber dazu dann später mehr. Wir gehen das jetzt hier erstmal durch. Freistoß. Wie heißt der? Coltorti? Coltorti hält. 13 Minuten gespielt. Ein Sieg gegen den Tabellenzweiten wäre nicht schlecht für unsere... Ach, scheiße. Für unsere Tabellenlage. Tabellenlage. Das wäre jetzt richtig schön gewesen. So unten durchstecken. Also querlegen und dann einfach irgendwie den Abschluss suchen. Bis jetzt eigentlich ein ordentliches Spiel. Wir sind... Konnten bis jetzt den Ball gut... Oh. Okay, Selke verschätzt sich da oder macht halt einen Fehler. Jetzt Larkic weiter auf Stöger. Der weiter zu... Naja, zu Prostschwitz. Der schließt ab. Aber scheitert an Coltorti. Ja, ich... Es ist etwas länger her, dass ich aufgenommen habe. Das merkt man, glaube ich, auch an meiner Sprachgewandtheit. Jetzt durchstecken auf Prostschwitz. Prostschwitz. Ach, der schließt viel zu früh ab. Er schließt viel zu früh ab. Ich habe auch nicht viel an der Aufstellung geändert. Ich habe halt fitte Leute reingetan. Ich glaube aber, das habe ich in der letzten Folge auch gemacht. Und ich werde jetzt auch jede Folge einen Spieltag machen. Ich werde nicht mehr dieses Nachbericht und alles. Das werde ich jetzt alles immer in einem Video machen. Dass wir auch mal ein bisschen vorankommen. Die ganzen Pausen zwischendurch waren bescheuert, aber sie waren notwendig. Jetzt weiter. Larkic. Ach, scheiße. Schande. Entschuldigung. Ich möchte mich ein wenig mit den Kraftausdrücken zurückhalten. So, Larkic kann sich durchsetzen auf Prostschwitz. Und der hämmert das Ding ans Lattenkreuz. Schade. Das hätte ein schöner Einstand sein können. Aber ich bin mit allem zufrieden. Außer einer Niederlage. Auch ein Punktgewinn wäre gegen Leipzig schon ein Gewinn. So, Larkic. Durch auf Prostschwitz. Ach, verdammt. Mit so einem Elfmeterpfiff, da hätte ich auch nichts gegen. Also. Na, mal schauen. Bacalorz. Verliert den Ball. Selke. Könnte unten durchstecken. Macht's nicht. Schießt selber. Und Kruse hat das Ding. Die FPS hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Ja, die Platte. Meine Platte ist auch fast voll. Also, das kann dann auch zu einigen Rucklern führen. Ich bitte das zu entschuldigen. In einigen Monaten wird das besser. Weil ich halt einen neuen Rechner kriege. Aber da vielleicht später mal etwas mehr zu. So. Ja. Ich dachte, ein Genk käme dann auch dran. Aber daraus wird nichts. Und es gibt einen Wurf für Leipzig. Mehr als eine halbe Stunde gespielt. Abseits für. Wer ist das? Pulsen. Dürfte. Dürfte Pulsen sein. Aber egal. Ja. 0-0. Mit 0-0 in die Halbzeit gehen. Könnte man machen. Aber so ein Torf kurz vor der. Oh. Was ein Pass. So ein Torf vor der Halbzeit wäre schon nicht schlecht. Jetzt Bacalords hoch auf den Genk. Weiter auf rechts. Auf Koch. Der sich nicht durchsetzt. Außer er steht schnell genug wieder auf. Dat wird nix. Selke. Selke setzt sich durch. Und das war's. Ja. 1-0. 39. Minute. Fuck. Das ist. Ja. Ich hasse das Feature der Tormelodie manchmal. 1-0. Für. RB Leipzig. Jetzt Stoppelkamp. Kommt da nochmal was. Vor der Pause. Ich bezweifle es. Und jetzt sind die ganz durch. Nee doch nicht. Ne. Genk. Jetzt runter. Auf Stoppelkamp. Weiter auf Prost schwitzt. Und der verliert den Ball. Oh. Oh. Was ist. Käse. Und. Ja. Für. Na. Sabitzer war am Ball. Mal. Gelb für. Warum auch Anzeigen für wen es Gelb gab. Jetzt Stöger. So im letzten Zug nochmal. Stoppelkamp. Oh. Stoppelkamp. Mehr Stoffelkamp als Stoppelkamp. Bah. Das ist. Keine gute erste Halbzeit. Obwohl sie eigentlich. Von meinem Empfinden recht gut angefangen hat. Jetzt Prost schwitzt. Und. Oh. Ja. Pause. Oh. Das ist scheiß. Das ist bitter. Das ist sehr bitter. Beide ein Schuss aufs Tor. Und Davy Selke. Geht in Führung. Stoppelkamp mit Gelb vorbelastet. Den werden wir austauschen gegen Brückner. Weil. Ich möchte keinen. Gesperrten Stoppelkamp haben. Können wir uns nicht erlauben. Wir sind angeschlagen. Aber nicht K.O. Das lasse ich jetzt den Assistenten machen. Das ist mir alles zu. Wieder gerade. Mit diesen Männern zu reden. Deswegen lassen wir das alles schön den Assistenten machen. Hoffen wir noch irgendwie auf die Wende. Wir wissen. Im 3D Spiel ist alles möglich. Aber meist. Wenn man zurückliegt. Wirkt es nicht. Wirkt es nicht mehr gut. Also es. Dreht sich oft nicht wieder ins Gute. Meist schießen die dann noch das zweite oder das dritte. Aber hoffen wir mal. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und nein. Ich werde keine Manager-Zwischenrufe hier unten nutzen. Weil die nicht. Auch. Dafür. Weiß ich einfach. Dass es nicht viel funktioniert. Dass es nicht viel bringt. Äh. Dass es nicht viel funktioniert. Ja. Ihr merkt. Sprachlich ist das heute noch keine Glanzleistung. Vielleicht in den kommenden Folgen. Ich hatte vor heute etwas mehr aufzunehmen. Wenn die Technik mitspielt. Jetzt lauf. 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 Doch. Mann. Dreck. So was. Dreck. 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 Mal ab in die Taktik gehen. Aber wir können nicht mehr als alles machen. Wir pressen schon. Wir gehen. Ich lasse die Flügel mal außen vor. Wir probieren das mal. So 10 Minuten. 10-20 Minuten. Vielleicht bringt es ja was. Ich bezweifle es zwar. Weil mir das Flügelspiel bis jetzt. überhaupt nicht gefällt. Aber meistens beim EA FM. Es ist ein Fehler. Taktisch zu denken. Weil die 3D Engine halt nicht so. Aber jetzt. Weil die 3D Engine halt nicht so wirklich. Nicht oft auf diese Taktik. Änderung wirklich. Gut reagiert. Aber. Wir werden sehen. Noch ist genug Zeit. Aber ich werde gleich auch wechseln. So ab der 60. Mal. Wir spielen gut mit. Aber das ist natürlich nicht. Komm. Leute. Ja. Wenn man die ersten Änderungen. Ach ne. Wir haben ja schon eine Änderung drin. Ne. Dann lassen wir sie noch ein bisschen. Das habe ich jetzt vergessen. Dass ich Brückner reingebracht habe. Wie gesagt. Ich bin auch mit dem Punkt zufrieden. Aber nicht bei. Ja. Jetzt. 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 Komm. Stöger wird gelegt. Wird auch gepfiffen. Ja. 65. So. Wenn sich da bis dahin nichts ändert. Werde ich wechseln. Ne. Den hat der gute Coltorti. Harter Tobak. Selke. Auf Pulsen. Und ein Pass. Der wieder ins Nichts führt. Jetzt wieder Stöger. Durchstecken. Was zu. Sowas macht doch aggressiv. Mann. Leider kann ich nicht wie ein normaler Trainer jetzt an der Seitenlinie auf- und ablaufen. Kann ich schon. Sieht nur keiner. Und sähe auch ein bisschen bescheuert aus. Ein Cenk mit einer 2. Was allerdings gar nichts bringt. Brasnic und Sarglik. Ich glaube ich bringe Sarglik für. Ich weiß nicht. Er kommt für Prostschwitz rein. Die lassen wir jetzt erstmal ein bisschen zaubern. Vielleicht gleich in der 80. Nochmal. Aber. Ich habe das Gefühl. Dass die hier gleich den. Na. War faul. Für uns. Die haben auch das Trikot aus der Regionalliga. Auch interessant. Wo da. Wo dieses Spiel rauskam. War der ganze. Verein noch in der Regionalliga. Naja. Hat auch was. So. Stöger. Köpf. Legt vor für Selke. Was zu. So. Sarglik. Auf Larkic. Weiter auf Brückner. Ach man. Ich packe kaum. Ich packe das Flügelspiel wieder rein. Das ist so auch kein. Das ist so auch kein. So gewinnen wir auch keinen Blumentopf. Die Flanken. Falls ich jetzt wer fragt. Warum ich die Flanken auf 20 Prozent habe. Die Flanken bringen im 3D Spiel. Eigentlich nie was. Außer man hat jetzt vielleicht. Also bei einem Ribéry und bei einem Robben. Oder bei einem Messi oder einem Ronaldo. Auf den Flügeln. Wird das vielleicht ein bisschen was bringen. Aber. In der Praxis. Bringt das nicht so viel. Und ich weiß. Ich könnte auch den Textmodus machen. Aber. Ich gucke mir dann doch lieber. Ein 3D Spiel an. Was damit zusammenhängt. Dass ich sehr sehr viel den Sega FM gespielt habe. Und es da zwar auch einen Textmodus gibt. Den ich aber nie nutze. Und deswegen. Ich bin es gewohnt bei einem Fußballmanager ein 3D Spiel zu sehen. Mittlerweile. Ich frage mich auch. Warum ich nicht eher den Sega FM mal ausprobiert habe. Dann hätte ich damit nämlich ein Save gestartet. Aber wir spielen dieses Save jetzt auch vernünftig. Und der fliegt runter. Das ist jetzt unsere Hoffnung. Oder unsere Chance. Hier noch was zu reißen. Der der nämlich. In der ersten Halbzeit. Die gelbe Karte bekommen hat. Hat jetzt die zweite bekommen. Und ist runter geflogen. Das wäre es doch jetzt. Freistoß Tor. Mann. Sauber. Marcel Njeng mit dem 1 zu 1. Das ist jetzt mal was. Genau im passenden Moment. So. Immerhin. 1 zu 1. Mal schauen. Wie sich das jetzt entwickelt. Mit einem Mann mehr. Es geht keiner drauf. Es geht keiner drauf. Es bringt einfach gar nichts. Elf Meter. Ne, doch nicht. Ich bin gerade sehr, sehr paranoid. Sorry. Boah. Ich habe gedacht. Der wäre drin. Ach Leute. Bringt das irgendwie über die Zeit. Vor allem haben wir mehr Chancen. Aber es interessiert keinen. Jetzt Kotsch. Er dribbelt mit Übersteigern ins Aus. Los. Das ist Wahnsinn. Tisch ist Wahnsinn. Aber so können wir. Auswärtsen Punkt. Ehrlich gesagt. Nehme ich denen gerne mit. Außer die kriegen es vielleicht noch hin. Jetzt hoch. Ich habe die Flügel mit eingezogen. Aber das scheint dem egal zu sein. Larkic. Dribbelt sich. Ins Nirvana. Sieben Minuten noch. Ich will ehrlich gesagt gerade nichts ändern. Die. Alte Selke. Ja Leute. Das war es. Boah. Sorry wenn ich hier so. Von hier auf hock. Und ne. Meine Meinung gefühlt jede Sekunde ändere. Aber. Ich kenne mein Glück bei sowas. 90. Minute. Leipzig. Einmal dann wieder vor das Tor. Ja. 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 Ne. Ne. Klappt nicht. Jetzt Larkic. Ne. Wir sind. Im Ballbesitz. Und drücken. Wir versuchen zu. 2-1. Sauber. Daniel Brückner. Unsere Einwechslung. Zur Halbzeit. Das wäre jetzt. So wichtig. Ich habe ja gesagt. Also ich war gerade eher darauf aus. Ne. Wir kriegen in der 90. noch. Das 2-1 rein. Aber. Irgendwie schaffen wir es. Das Ganze hier noch zu drehen. Kurz vor Ende. Haut den Ball weg. Jetzt runter. Oder so. Schöner Ball auf. Gar keinen. Der geht jetzt aus. Mittlerweile wäre es auch verdient. Wir haben. Zwar mehr Spielanteile. Auch wenn wir nicht wirklich viele. Gute Chancen hatten. Meistens. Ich habe vorhin noch gesagt. Flanken bringen nichts. Aber flache Flanken. Flache Flanken bringen. Hier schon was. Aber halt. Ich meine jetzt solche normalen Flanken. Man läuft bis hier. Schlägt ihn hier rein. Und dann mit Kopf oder so drinnen. Geht hier auch. Aber. Die Option in dem Taktikmenü. Hat da nicht viel mit zu tun. Die machen sie ja trotzdem. Das ist hier. Egal. Aber. Was wollte ich jetzt sagen. Egal. Lassen wir das hier mal weiterlaufen. Schön. Ne. Ich wollte sagen. Wir kommen immer. Max. Wir haben viele Chancen gehabt. Wir kamen hier ungefähr bis hier. Bis an die Strafraumgrenze. Und dann wurde einfach abgezogen. Anstelle mal ein bisschen zu. Versuchen bis in den Strafraum. Bis in den 5. Zum 5 Meter Raum teilweise. Durchzudringen. Und dann irgendwie. Eine Aktion aufs Tor zu bringen. Aber. Ich will mich nicht beschweren. So wie es aussieht. Gewinnen wir das hier. Jetzt kommt nochmal so ein schöner Freistoß. Boah. Mh. Marcel Jeng. Fußballgott. Doppelpack. Und das 3-1. Ah. Jetzt kann man wieder meckern. Wegen dem 3D-Modus. Ich glaube im Textmodus wäre uns das nicht gelungen. Aber. Das ist mir egal. Wir nehmen hier 3 Punkte mit. Dürften Leipzig gefressen haben. Was Tabellenposition angeht. Gefressen im metaphorischen Sinne. Dass wir an ihn vorbeigezogen sind. Mal schauen. Würde mich mal interessieren. Da. Guck mal. Ach der läuft. Unser Trainer. Ich läuft durchs Stadion. Durch die Red Bull Arena. Oder wie sich das Ding schimpft. Und wir holen den 3-1 Auswärtssieg. Viel hat das auch. Denke ich mal hiermit zu tun. Dass Stefan Ilsanca. In der 74. Minute vom Platzflug. Aber. Das ist mir scheißegal. Das 3-1 steht hier nicht mal in den Ereignissen. Naja. Muss wohl auch nicht. Leute. Wir sehen uns gleich sofort wieder. Im. Ja. In dem Screen. Der hier nachkommt. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Noch im selben Video hoffe ich. Nicht dass ich das wieder so schneide wie ich es vorher immer gemacht habe. Ja. Ein Auswärtssieg in Leipzig. Das ist so geil. Dominik Kaiser hitze mit einer Vorlage. Selke hat sehr gut abgeschlossen. Auch wenn die Tore fast immer dann so aussehen. Aber egal. Mal. Marcel Jeng. Bester Spieler heute. Zwei Tore. Kotsch mit der Vorlage. Und Brückner hat auch. Hat. Das Ding dann auch einmal versenkt. Ah super. Das ist top. Hat genau alles gepasst. Spielanteile. Ja. Mehr Ballbesitz. Mehr Schüsse aufs Tor. Wir haben es. In der zweiten Halbzeit haben wir es ganz gut gemacht. Muss man dann auch sagen. Ne. Wir haben sie nicht ganz eingeholt. Wir sind aber immerhin wieder. Ein bisschen nach oben geklettert. Platz 4. Ah ja. Gut. Ein Platz nach oben geklettert. Ist aber egal. Hauptsache. Punkte mitgenommen. Hauptsache. Punkte mitgenommen. Stimmen. Ich freue mich. Dass sich meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Doch noch aufgerappelt hat. Man hat gesehen. Was in der Mannschaft steckt. Sie hat mit. Mit dem absoluten Willen gespielt. Noch alles zu geben. Das ist sehr erfreulich. Und Ralf Rangnick hat gesagt. Ich habe meinen Jungs noch gesagt. Wenn euch nachts Marcel Jeng im Traum erscheint. Habt nicht zu viel Angst. Genau. Ja. Sagen wir mal nicht zu viel zu diesen Spieler Kommentaren. Süleman Kotsch. Und Daniel Brückner in der Elf des Tages. Ja. Jeng nicht. Dish ist komisch. Oder bin ich jetzt blind? Ne. Ist doch Rechtsverteidiger oder nicht. Ja. Hm. Komisch. Naja. Egal. So. Beste Spieler. Ja. Zweitbeste Mannschaft. Was die Leistung angeht. Finde ich gut. Ja. Nach der ersten Halbzeit war. Hätte ich das nicht so gedacht. Aber. Egal. Poschwitz mit vier Toren. Und. Lacketsch mit vier Toren. Ebenfalls so langsam. Ja. Sind in den ersten zehn. Das passt schon so. Was bringt uns die Torjägerkanone. Wenn wir in der Liga nicht so. Also gut. Das eine kommt meistens mit dem anderen. Aber. So wie das jetzt heute hier war. Ist das schon ganz in Ordnung. Ja. Und Jeng hat natürlich. Heute alles weggerotzt. Marvin Comper. Oder Comper. Als. Duellpartner hier. Auch klar gewonnen. Wenn man guckt. Hier. Marktwert 725.000. Marktwert 380.000. Jo. Gutes Spiel. In der zweiten Halbzeit. Gutes. Gutes Spiel. Die erste Halbzeit war. Ja. Nicht viel von Ertrag geprägt. Aber. Als nächstes steht Karlsruhe. an. Interessant. Interessant. Jupp. Deutschland hat Italien überholt. Oder hat. Ne. Die waren schon vorher vor Italien. Wollte auch sagen. Die haben nur ein paar Punkte wieder gemacht. Im Moment sind sie glaube ich Zweiter. In real. In real müssten sie Zweiter sein. In der 5-Jahres-Wertung. So. Wir. Gehen mit großen Schritten auf Karlsruhe. Voran. Oh. Und Oliver Kirch ist bald wieder fit. Oliver Kirch ist bald wieder fit. Muss auch gucken ob ich den so. Oh Gott. Ne. Boah. Ich hasse das Lied. Ich habe nichts gegen den KSC. Hätte sie sogar gerne in der Bundesliga damals gesehen. Wo sie gegen Hamburg gespielt haben. Wer nicht. Außer vielleicht die Hamburg Fans. Aber das Lied ist nicht so das wahre. Ähm. Ja. Wer spielt denn sonst noch so? Bochum gegen Düsseldorf. Freiburg gegen Bielefeld. Heidenheim empfängt Leipzig. Wir natürlich gegen Karlsruhe. Union. Berlin gegen Fürth. Nürnberg gegen Sandhausen. München. 1860 gegen Kaiserslautern. Boah. 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 Ja. So. Ach jetzt erstmal die ganzen Nachrichten noch abklappern. Ja. Das machen wir jetzt noch. Ist die Folge zwar etwas länger. Aber ist auch nicht schlimm. So. Ja. Wird für einen Tag ausfallen. Der war aber zwischendurch wieder fit. Das habe ich gesehen. Beim KSC fällt Yili. Was? Salahi fällt aus. Unsere Junioren haben 3 zu 0 gegen die B-Junioren von Alemannia Aachen gewonnen. Angebot für Kotsch wurde abgelehnt. Redford. Bäh. Was wollen sie denn da? Ach so. Näh. Armes Leicester. Armes Leicester. Oder Leicester. Jemand, wie man sie aussprechen möchte. Ja. Der Fußballmanager ist da nicht so fair wie die Realität. So. Wieviel haben wir denn jetzt an Punkten? Zwölf Punkte. Ja. Ist eigentlich noch ganz in Ordnung. Für sechs Spiele zwölf Punkte bin ich sehr zufrieden mit. Zwei Niederlagen. Vier. Sieg. Was ist denn mit meiner Maus los? Ist die so schnell eingestellt? Ist eigentlich die langsamste Stufe. Hm. Wie sieht es eigentlich in der Bundesliga aus? Hier spielt ja fast alles zeitgleich. Ach du Heiligblechle. Was ist denn hier kaputt? Oh. Aber drei Mannschaften mit fünf Siegen in Folge. Was hat die Eintrachter verloren? Haben die irgendjemanden Neues dazu gekriegt? Nö. Eigentlich nicht. Ich habe erst Marco Reus gelesen. Ähm. Nö. Geht eigentlich. Na ja. Mal schauen. Also gegen Ende der Saison werde ich alles mal durchklicken. Wie es so in den anderen Ligen steht. So. Hier haben wir alles soweit. Jetzt gehen wir nochmal in die Mannschaft. Ist alles fit? Ja. Raffa, der hat keine gute Leistung gebracht. Jetzt bin ich am überlegen. Ob ich einfach mal Hauke Wahl reinschmeiße. Hat eine bessere Form. Ich bin immer vorsichtig, wenn die Form unter 10 ist. Dann ist das schon sehr stark an der Grenze. Und Brückner, der hat sich empfohlen. Der wird auf jeden Fall auch spielen. Und Brust schwitzt ebenso. So. Fit sind sie langsam alle. Finde ich gut. Frisch. Ja. So grob. Bei Bertels muss ich so ein bisschen aufpassen. Oder ob wir mal Hartherz reinwerfen. Können wir mal probieren. Ich weiß, ich rotiere jetzt wieder etwas viel. Aber die Form ist nicht so. Mäh. Na vielleicht können wir die Form ja so ein bisschen aufpushen. So Leute. Das war es erstmal mit der Folge heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz der Lags am Anfang. Ich hoffe, sie waren während der Folge nicht so schlimm. Ich werde das jetzt erstmal ein bisschen überprüfen. Und gucken. Ich hoffe, dass jetzt häufiger wieder eine Folge kommt. Vom Fußballmanager. Damit wir auch mal ein bisschen voranschreiten. Kann es aber natürlich nicht versprechen. Weil ich habe zwar jetzt etwas mehr Zeit, um was aufzunehmen. Aber es gibt natürlich auch noch genug andere Sachen, die erledigt werden müssen. Ich hoffe das Beste. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Fußballmanager, dann gegen Karlsruhe. Macht's gut. Tschüss.